Flo, jetzt müssen wir schnell gehen. Ich habe hier heiße Ware. Ich verliere meine Bedienung. Scheiße, ist die schnell. Oh Gott, ist die schnell. Obacht! Ich bin schon dabei. Ob der Flo hinterher ist, weiß ich nicht. Obacht! Obacht! Voll rein! Servus, die Herrschaften. Die Firma aus Bier? Wer kriegt die jetzt? 3 für ihn. Und 5 für diesen Mann. 5 für diesen Mann. Wo kommst du her? Dänemark. Always a dream. Jetzt zahl mal bei der Arneka. Ja, das werden wir jetzt sehen. 3 Biers, oder? Ja. Wasser mit den Dippen. Ja. Geld hat er auf jeden Fall, der Dänne. Trink Geld. Trink Geld. Ja, wir sind sehr gut zu trinken Bier. Und wir lieben Deutschland. So, äh... Ja, liebst Deutschland und das deutsche Bier. Das hab ich jüngst persönlich eingeschenkt. Dankeschön. Äh, schöne Wiesen. Ich geb zurück. Danke. Danke.